Christian McCaffrey erlebt derzeit eine wahre Pechsträhne auf dem Footballfeld. Nach einer Achillessehnenverletzung musste er den NFL-Saisonstart verpassen. Seit drei Spielen ist er wieder aktiv, aber das Glück bleibt ihm fern. In der Partie gegen die Buffalo Bills verletzte sich Christian erneut schwer. Auf dem verschneiten Boden rutschte er ohne Einwirkung eines Gegenspielers aus. Diese Knieverletzung könnte das Saison-Aus für den Running Back der 49ers bedeuten. NFL.com zitiert Head Coach Kyle Shanahan, der dies auf der Pressekonferenz andeutete. Privat hingegen war 2024 ein bisher sehr glückliches Jahr für Christian. Im Juni heiratete er seine Liebste Olivia Culpo standesamtlich. Im Juli folgte eine große kirchliche Feier auf Rhode Island. Olivia, ehemaliges Model und Miss Universe, kümmerte sich liebevoll um die Details der Hochzeit. Seit 2019 sind die beiden ein Paar und unterstützen einander stets. Olivia ist eine treue Besucherin seiner Spiele und stand ihm auch bei den Carolina Panthers zur Seite. Für die Panthers spielte Christian von 2017 bis 2022. Bereits seit zwei Jahren kämpft er für die San Francisco 49ers um Erfolge. Im Februar erreichten sie beinahe den Super Bowl, verloren jedoch gegen die Kansas City Chiefs. Beideos. 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 Beideos.